Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 658 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Was kann ich heute Schönes zum Abendessen machen? Fällt dir etwas ein? Was kann ich heute Schönes zum Abendessen machen? Fällt dir etwas ein? Was kann ich heute Schönes zum Abendessen machen? Fällt dir etwas ein? Wir sollten dieses wichtige Thema nicht hier auf der Treppe diskutieren. Komme bitte gleich in mein Büro. Wir sollten dieses wichtige Thema nicht hier auf der Treppe diskutieren. Komme bitte gleich in mein Büro. Wir sollten dieses wichtige Thema nicht hier auf der Treppe diskutieren. Komme bitte gleich in mein Büro. Meine Eltern schwimmen im Meer. Ich hatte keine Lust dazu. Meine Eltern schwimmen im Meer. Ich hatte keine Lust dazu. Meine Eltern schwimmen im Meer. Wir müssen unsere Mietwohnung räumen. Unser Haus sollte schon vor drei Monaten bezugsfertig sein. Wir müssen unsere Mietwohnung räumen. Unser Haus sollte schon vor drei Monaten bezugsfertig sein. Ich liebe den Sonnenuntergang am Meer. Vor allem, wenn wir zu zweit sind. Erdnuss Butter hat viele Vorteile, aber auch viele Kalorien, weil sie reich an Fett ist. Erdnuss Butter hat viele Vorteile, weil sie reich an Fett ist. Das sind die letzten Kirschen. Ich habe sie alle gegessen. Das sind die letzten Kirschen. Ich habe sie alle gegessen. In unserer Straße parken die Autos dicht beieinander. Oft finde ich keinen Parkplatz. In einem Töpferkurs versuche ich, meine erste Vase herzustellen. In einem Töpferkurs versuche ich, meine erste Vase herzustellen. Sie müssen sich mehr einbringen. Ihre Arbeitsergebnisse sind nicht gut genug. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Unser Sohn hat sich schon früh für das Skifahren entschieden. Hier ist viel zu viel Lärm. Könnt ihr nicht leiser sein? Hier ist viel zu viel Lärm. Könnt ihr nicht leiser sein? Hier ist viel zu viel Lärm. Könnt ihr nicht leiser sein? Als Versicherungsmakler kaufe ich für meine Kundenversicherungsschutz zu den günstigsten Konditionen ein. Als Versicherungsmakler kaufe ich für meine Kundenversicherungsschutz zu den günstigsten Konditionen ein. Wir hätten uns schon viel früher für einen gemeinsamen Natururlaub entscheiden sollen. Wir hätten uns schon viel früher für einen gemeinsamen Natururlaub entscheiden sollen. Wir hätten uns schon viel früher für einen gemeinsamen Natururlaub entscheiden sollen. Die Kollegen haben gute Arbeit geleistet. Unser Kunde ist damit zufrieden. Die Kollegen haben gute Arbeit geleistet. Unser Kunde ist damit zufrieden. Ich weiß nicht, was ich vorher noch nie gesehen. Lasst uns zusammen einen Blick auf das endgültige Design werfen. Sind alle damit einverstanden? Lasst uns zusammen einen Blick auf das endgültige Design werfen. Sind alle damit einverstanden? Lasst uns zusammen einen Blick auf das endgültige Design werfen. Sind alle damit einverstanden? Dieses Parfüm mag teuer sein, aber es hat einen besonderen Duft, der sich von allem abhebt. Dieses Parfüm mag teuer sein, aber es hat einen besonderen Duft, der sich von allem abhebt. Wir sollten unsere Geschäftsstrategie noch einmal überdenken. Wir sollten unsere Geschäftsstrategie noch einmal überdenken. Wir sollten unsere Geschäftsstrategie noch einmal überdenken. Hat jemand dazu Vorschläge? Wie sieht es aus mit deinem Sehvermögen? Kannst du noch alle Buchstaben deutlich erkennen? Wie sieht es aus mit deinem Sehvermögen? Kannst du noch alle Buchstaben deutlich erkennen? Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. EINDSEN GERMANN odi GERMANN GERMANN Untertitelung des ZDF, 2020